Herzlich Willkommen im Kreis der Asclepius Klinik Nord Heidberg. Schön, dass Sie da sind. Herzlich Willkommen im Kreislauf der Asclepius Klinik Heidberg. Salon, de bachscheseuhe, manne Klinike Heidberg Nord. Marma, bigo fessado travail da Asclepius Heidberg Nord. Dabro pожалuit v Asclepius Klinik Nord Heidberg. My rade, budim vas vidit. Wenn eine Frau sich entscheidet, in einem Krankenhaus zu gebären, können wir sehr viel Sicherheit bieten. Wir sind ein Level-1-Zentrum. Das bedeutet, dass wir die kleinsten Kinder abversorgen können ab der Lebensfähigkeit. Gemessen an der Geburtenzahl sind wir eher ein kleiner Kreißsaal. Und deswegen können wir eine sehr familiäre Atmosphäre für die Familien auch bieten und haben aber im Hintergrund die Sicherheit und die Qualität eines Level-1-Zentrums. Außerdem zeichnet uns auch noch aus, dass wir seit 20 Jahren babyfreundlich zertifiziert sind. Babyfreundlich heißt, dass die Kinder eine Stunde nach der Geburt mit der Mutter oder dem Vater oder der Partnerin bonden. Das heißt, wir nehmen sie nicht weg zum Messen oder zum Wiegen, sondern die Frauen haben Zeit, mit dem Baby sich kennenzulernen und Kontakt aufzunehmen. Das ist etwas Besonderes in Hamburg und darauf sind wir auch stolz. Wir können eine 1-zu-2-Betreuung gewährleisten oder auch eine 1-zu-1-Betreuung. Das heißt, die Kollegin, die die Schwange betreut, ist anwesend, kann sie unterstützen in den Wünschen, die sie vorbringen. In jedem Kreißsaal können wir richtige Gebärlandschaften aufbauen, indem man in unterschiedlichen Positionen entbinden kann. Jede Frau eigentlich erwartet, dass sie eine unkomplizierte, normale Geburt hat. Wir müssen aber ja darauf hinweisen, dass nicht alle Geburten normal verlaufen. Wir können aber sehr gut unterscheiden, einerseits zwischen Geburtshilfe und Geburtsmedizin. Das fängt ja an ab Lebensfähigkeit. Die Grenze liegt ja heute in der 23. Schwangerschaftswoche. Das ist, denke ich, ein erheblicher Vorteil. Es gibt eine sehr hohe Sicherheit hier in der Klinik. Wir haben sehr kurze Wege überhaupt im Kreißsaal und wir haben eine Brücke zur Neonatologie. In jeder Gefahrensituation sind zum Beispiel die Kinderärzte innerhalb von ein bis zwei Minuten im Kreißsaal anwesend. Für eine gute Geburtshilfe ist es unerlässlich, dass die verschiedenen Berufsgruppen sich eng austauschen. Die Zusammenarbeit mit den leitenden Hebammen ist absolut vertrauensvoll. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Geburtshilfe kann man nur gut betreiben, wenn man im Team arbeitet oder wenn eine Frau im Team arbeitet.